Wenn ihr nicht einmal in Japan fand, dann sind wir alle depressiv. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von F1 in Japan. Jiiihaa. Und wir müssen eines leider bekannt geben. Wir müssen eines bekannt geben. Team Ossi wurde zu Team Assi. Yes. Weil Mihawk ist ein Arsch. Der Mihawk ist ein Arsch und Sub ist leider raus. Ja, Sub hat sich halt, sein offizielles Statement ist, er hat keine Motivation mehr für das Projekt. Und er wurde eh die ganze Zeit, also er wurde eh meistens gescrewt. Also es war seine Entscheidung. Wir können es auf jeden Fall nachvollziehen und respektieren seine Entscheidung, dass er hier aus diesem Projekt jetzt austritt. Wer braucht denn da so lange? Ich weiß nicht wie euch das geht, aber ob wir hier sind wie bekannt vor. Ja, bekannt vor. Okay, die, ne. Ja, aber halt Team Ossi ist jetzt halt nur Team Assi, kriegt jetzt nur noch halb die Punkte. Und Massa tritt jetzt dem Team bei. Wie doch mal. Ich war einem wunderschönen Suzuka übrigens. Oh, nö. Ich komm nicht an. Ich confirm, dass ich nicht... Suzuka, unser aller Lieblingsstrecke. Hallo ist jetzt im Trocknen. Schaffen wir. Noch. So, jetzt nicht abkürzen. Und abgekürzt, ne, ne. Ne. Ich hasse diese Strecke, Strecke. Ich hasse diese Strecke. Sie ist einfach nur furchtbar. Ja, ist echt so. Gott sei Dank ist kein Regen da, sonst hätte ich wirklich gelitten. So, das hätte jeder gelitten. So, ich hoffe, dass ich hier, äh, insgesamt meinen Erfolg wiederholen kann. Boah, fast hier abgekürzt. Das war knapp. Ja, passiert mir auch. In der Ecke kannst du ein bisschen drüber... Boah, diese Kurve hat mich schon fast schon wieder erwischt. Ich hasse diese Kurve. Ich hab mit dir eigentlich... Ich hab mit dir kein Problem. Das ist die schlimmste Kurve überhaupt. Den kompletten Formel 1 Kalender, ey. Hm, sonst Vettel ist gerade hinter mir. Heißt das erste? Ja, Vettel sehe ich. Kann sein. War gerade auch hinter mir, also. Ah, deswegen wird jetzt auch... Werdet ihr den Rest der Saison jetzt auch aus Daniels Sicht sehen, weil Sub und Daniel der einzigen Aufnehmer waren. Ich weiß nicht, war damals auch einer, aber... Ich könnte es theoretisch jetzt auch versuchen. Ja, ich... Ich glaube, ich könnte aber auch mein Laptop aufnehmen, von dem her. Ich glaube, ich hab mehrere Möglichkeiten aufzunehmen. Also selbst wenn ich mal nur ein PC... Werdet ihr 130? Selbst wenn ich im Urlaub wäre und eine gute Leitung hätte, könnte ich das machen wahrscheinlich. Okay. So, jetzt noch die letzte Kurve. Okay, und Kameras abgeräumt. Ja, easy. So, Pole, Pole. Pole. Kein DRS und auch zwei. Boah, ich bin richtig scheiße gefahren. Boah, eine Sekunde. Ja, eine Sekunde. Ich bin richtig scheiße gefahren. Ich kann diese Strecke halt nicht. Aber wie hängt die Strecke? Ja, aber wie hängt die Strecke? Ist nicht so schwer, die Strecke. Hat Kelly wohl noch fett wirklich gekehlt. Die ist nicht ganz schlussvoll. Hui. Es scheint halt so, wie letzte Saison auch, dass der Suka mir ein bisschen besser liegt als im Rest quasi. Ich hoffe, dass ich das jetzt einfach nach Hause bringen kann. Banny holt's. Bist du immer noch nicht fertig, Banny, mit der Runde? Scheint so. Gleich, gleich. Gleich, gleich. Abkürzung gewusst. Plus 34 Sekunden. Was hast du gemacht, Berk? Echt klasse. Wegenreifen. Ich kann die Strecke nicht. Ja, wer kann die Strecke schon? Die ist scheinbar. Kobayashi sollte sie können. Ja, aber wenn man das Banny vielleicht im Rennen ein bisschen aufholt. Auf jeden Fall sollte es Daniel und Tim. Wie lustig wäre jetzt eigentlich, nein, beschwören wir es besser nicht. Kelly auf zwei, Applaus. Jawoll. Vettel sagt so, ja, cool gemacht. Und nicht so, yeah. 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 Oh, yeah. Ah, nee. Wickelrennen haben wir noch. Moment, fett Hardy. Ja. Dennoch, wir haben noch Japan, Oslo, Amerika, Telagos, Brasilien. Beste gefahrene Strecke Malaysia. Da hat er irgendwie recht. Ja, Main ist noch rein. Also, es ist wirklich so, Malaysia ist die Kaldi-Strecke, bei Main ist die Koba-Strecke. Und ihr habt jetzt gehört, offiziell bestätigt Matt Hardy als Ersatzfahrer für, äh, 29% Regen. Nein. Ja, hab ich auch gelesen. Ja, 29%, wir werden das zu Ende fahren. Der gewinnt dann die Weltmeisterschaft und kriegt dann eine einstweilige Verfügung und muss sie dann nach einem Tag wieder abgeben. Ich komm Runde 6 rein. Bestes Storyline ever. Ich geh Runde 6 rein. Heldi, ich geh Runde 6 rein. Ja, kein Problem. Ich habe sowieso jetzt gewechselt. So, das über TNA herziehen von den heutigen Tagen fertig. Abgeschlossen. Also es ist irgendwie so für 2014 die ganze Zeit so Team McLaren dominiert, egal welche Besitzung. Das ist sehr interessant. Das ist nicht ganz richtig. Team McLaren selber in der Konstrukteurswertung? Ja. Team McLaren jetzt auf 1 und 2 in der WM? Ja, aber trotzdem. Du bist gerade Dritter auch in der Saison, weißt du? Also Team McLaren. Ich sehe Copa, Copa und Keldi. Okay. Copa, Keldi und Vettel. Copa, Copa und Keldi, ja. Ja, es sind 3 SB und 3. Teamkollege. Erster Platz. So, Keldi, bringen wir diese beiden Wagen ins Ziel und schießen uns nicht ab im Duell. Im Ersten. Wo stand da hin? Okay, und los geht's. Vettel greift direkt hier Keldi an. Weil der ja auf den Haken... Wah, Hilfe! Wah, Japan, ey. Ich hasse diese Strecke, Strecke. Ich habe schon noch frei. Ich hasse diese Strecke, sie ist einfach nur furchtbar. Machen wir jetzt unser Singen in Japan, oder was? Bitte nicht. Konfi singen in Japan. Ey, doch geil! Konfi singen in Japan. Wo bist du? Genau da. Wow. Was macht ihr da, Jungs? Das war eine Strafe durchaus wert. Naja, was soll's. Hast du eine bekommen? Keldi, Keldi. Ich habe eine bekommen. Keldi ist gut, Keldi. Wow. Nein, das war schon härter. Und ich hätte auch durchaus den Platz zurückgefallen. LOL, ich werde gedreht. Aber Strafe habe ich, ja. Und ich muss in die Box. Weil F1 2014 ist F1 2014 und es gibt Strafen, die sind keine Strafen. Die sind ein Penis in Uranus. Okay, mein Rennen ist aufgelaufen. Wow. Ihr hasst Zuzuka und Zuzuka hast anscheinend euch auch. Nein, eigentlich hasse ich Zuzuka nicht. Nur mich hasst Zuzuka. Oder mich hasst eher Formel 1. Vorsicht eher nicht. Ich muss, ich kann nicht verarmen. Ja, Titel, Partie, Zuzuka hasst uns. Echt? Daniel schreibt das so. Merkt ihr das? Zuzuka hasst uns Partie, du. Erinnerungsstrafe, danke. Ich weiß. Ich habe ja nicht viel vorbei. Nein, ich weiß, weil Mihawk ist ein Abstand. Vorsicht. Formel 1 ist. F1 zu Kurt, machst du das? Das ist ein Arsch, ey. Jetzt muss ich eine ganze Runde mit kaputten Frontflügel fahren. Yeah. Erklär uns mal deinen Bericht, wie das dazu gekommen ist, zu dem Flügelboden. Ja, ich habe ein bisschen gebremst in meiner Lieblingskurve. Ich wurde von irgendeinem hinten angeschubst, gedreht und dann habe ich mein Frontflügel verloren. Was ist das? Scheiße. So, ich komme raus und 11, auf 11, da kommt Perez, 12, 13, mitten im Stau, auf 15. Und vor Bernie. Fuck doch die Bitch, ich habe auch nicht mehr Klaren ganz vorne sein. Fuck doch die Bitch ab, ich hasse diese Strecke. Wah, Hilfe. Ich glaube, ich habe ein bisschen früh gebremst, aber trotzdem ist mir irgendeiner vollseitlich hinten reingefahren und dann war vorbei. Ja, das ist bei der Körper gefährlich. Wenn du sehr früh bremst, knallst du rein. Hey Daniel, du warst noch Vierter, oder? Und Zapf war... Ne, Zapf war Vierter und du warst Fünfter, oder? Jo. Na, jetzt wirst du ihn garantiert einholen. Ah, sei denn mal nicht so sicher. Japan ist eine Strecke für sich, also eine andere wirst du sicherlich wieder Dutter werden, oder so. Zack, anschubsen und Aufholjagd is on. Und wer sagt, dass du nicht noch in den Punkten lagst, so schaffst du, also würdest du locker schaffen, glaube ich. Warum sind wir nicht in der DTM, ich wette, das hat da keine Spaß gemacht. Oh, ich bin ins Gießberg, kommt halt nicht fast gedreht, Alter. Hei, hei, hei. Oho. Gernie? Ja? Äh, Statusbericht? 16. 16 und gerade Richtung, äh, wie heißt er, Bianchi. Oh, sorry Ericsson, bin ich ihm grad ein bisschen hinten rein gedodcht, naja. Nummer 12 und freie Bahn. Und der ist aktiviert. Ich glaub, die Strafe hast du eigentlich nur bekommen, weil ich bis ins Kies geflogen bin. Ja, das denke ich auch. Boah, mein PC wird voll warm, merk ich grad. Okay. Auch das er nicht abstürzen möge. Ja, wenn, dann auch nicht, war das ein Problem, ich hab da Plan B. Und dann ja, es ist auch ein Fall. Aber ich glaub, ich hab ein Lüfter, ja, ich hab aber irgendein Lüfterproblem, ich muss dem auch wirklich mal ein Reparatur schicken. Hm, ich hatte, ich hatte ja bekanntlich ein Lüfterproblem, ne, deswegen gab's ja auch ne große Pause über F1 allzeitlang. Generell für mich eine große Pause, aber ich würde das untersuchen lassen, dann ist es im jeden Fall nicht gut. Ja. Wenn das zu heiß läuft. Ja. Zumindest, zumindest kommt hinten warme Luft raus, ne. Generell, wenn etwas zu heiß läuft. Okay, wenn es warme Luft rauskommt, dann ist es ja nicht gut. Dann funktioniert der Lüfter, ja. Es soll immer warme Luft raus. Ja, aber ich mein, manchmal arbeite ein bisschen arg laut, obwohl ich kaum was mach. Also ich glaub, dass mein Lüfter irgendwie trotzdem ein bisschen... Hm, also mein Tipp ist, mein Lüfter hat auch laute Geräusche von sich gegeben, bevor er den Geister aufgegeben hat. Also wahrscheinlich ist er kurz sofort zu verrecken. Ja. Also ungefähr so, wie ich euch sage. Lüfter oder Netzteil? Ja, ja, genau. Ja, ist auch so wichtig, wie ich euch gemachte gerade? Ähnlich, ja. Okay, dann verreckt er gerade. Lüfter oder Netzteil? Lüfter. Oder Netzteil, stimmt. Netzteil kann es auch nur sein. Ich bin mir... Da bin ich mir nur nicht ganz sicher. Es könnte auch... Es könnte auch das Netzteil sein. Netzteil-Lüfter ist ja im Prinzip eine Einheit. Kommt drauf ein. Es sei denn, du meinst den CPU-Lüfter. Es könnte... Ich glaube, es ist ein normaler Lüfter. Quasi der Netzteil... Normaler Lüfter ist der vom CPU. Gebt ja dem vom CPU und das Netzteil. Ja, ich glaube, es ist... Zwei Minuten, beste Runde. Ich glaube, ich glaube, es bei mir ist der Netzteil-Lüfter. Zumindest kommt es... Zumindest kommt es bei mir von der Gegend vom Netzteil. Also... Ja, ich musste ja sowieso ein neues Netzteil bei mir auch einbauen, als ich einen neuen Prozessor reingemacht habe. Also, das war so ein neues Man-Board und neuen Prozessor. Ja, mal schauen. Los, kriegen wir die beste Runde haben. Das ist eigentlich gerade die beste Runde. 43, ja. Muss ich mal vom Fachmann... Ne, 1, 42, nein. Muss ich mal vom Fachmann angucken lassen, was der meint, weil... 43, 1 gar nicht so weit weg. Deswegen, ich guck mal, vielleicht teste ich dann nachher mal, wie es dann bei einem Laptop läuft. Wenn es da auch, wenn ich da auch üben kann, dann ist der perfekt. Schaut so aus, als ob ich die schnellste... Wenn es so weitergeht, würde ich die schnellste Runde Trophäe wieder verteidigen, auch für diese Saison. Ich bin doch auf Haar. Ich bin doch auf Haar. Ich bin doch auf Haar. Ne? Keine Ahnung, doch. Ich glaube, Kälte ist noch... Kälte ist noch in meiner Nähe. Ich glaube... Was bin ich? Schnellste Runden Trophäe. Möglich? Also, ich bestimmt nicht. Ich habe, glaube ich, nur zwei oder eine. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinem Reifen jetzt irgendwie zumindest durchzufahren, müsste ich jetzt eigentlich sogar machen. Ne. Scheiße, aber ey. Pesser als eine Strafe zu bekommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Fall hätte ich lieber die Strafe genommen, weil dann muss ich nur einmal durch die Box fahren. In deinem Falle hat er viel Zeit verloren, weil er ohne Frontflüge gefahren ist, musst du deine Frontflüge ersetzen und hat auch noch neue Reifen drauf bekommen. Die bis zum Ende fahren muss. Okay, kommt drauf an, wem man mit zu was umgeht, aber... Ich persönlich kann auch ohne Frontflüge relativ... Ohne weit raus... Ich bin zwei Sekunden... Wie bin ich eine Sekunde langsamer gefahren? Ja, ich bin gerade auch eine 144 gefahren. Oh, der... In einem Sektor. Ich bin denn eigentlich relativ gut gefahren. Fand ich zu gut. Oh, sorry, Grosjean. Jörg, mal fahrst du Slap und ich fahre eine 144. Und ich habe eine Strafe bekommen, weil ich Grosjean ein bisschen hinten rein gefahren bin. Oder ich gebe es zu, ich bin eben schon ein bisschen hinten rein gedonnert. Okay, läuft. Ich hasse diese Strecke. Naja, ich gratulier's hab, aber wenn er nicht mehr da ist, dass er für uns seinen wirkten Platz... Alter, Daniel ist nicht der Ernst, oder? Doch, doch. Junge. Ah, die Hand, die möchte jemand slapen, ey. Das ist so eine dumme Aussage, Daniel. Verdammt. Das sind noch vier Rennen, meine Güte. Und er fährt gar nicht mehr. Und er fährt gar nicht mehr. Oder sogar auch in der letzten Saison hast du es gesagt, da hast du trotzdem auch gegen Jörg verteidigt den Dutten. Hat aber auch das wirklich ein besseres Auto gehabt. Ja. Er hat auch in diesem Fall das deutlich bessere Auto. Er hat das beste Auto. Aber ich glaub, der Unterschied zwischen Force India und Ferrari ist größer als zwischen VMs und Mercedes. Ja, aber schon. Verwarnung abkürzen hier, wenn ihr meint. Aber das hoffen eins. So, und 21. Und es kommt wohl Regen irgendwann. Ja, ja. Das hat er von mir schon gesagt. So, ich bin 21. Yeah. Ich bin die Zahl genau umgedreht. Und Konzentration. Groß OBS. Was ist mit Singen? Singen wir. Krass. Eigentlich müsste jetzt irgendwas abstürzen. Damit könnte man das Rennen neu starten, ey. Boah, ich hasse diese Kurve. Na, wenn wir Runde 7 erreichen, dann haben wir die Hälfte schon geschafft. Und wir, glaub ich, nicht mehr. Dann wird ja die Regel an, dass es nicht mehr neu gestartet wird. Weil er immer seine Runden so schnell fährt, der fährt weg. Und dann, glaub ich, Mjork, 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 Mjork. Mjork schließt jetzt schon auf. Also, Runde pro Runde kommt er immer näher an mich. Oh Gott, Wernhard, wird sich gedreht. Und jetzt bin ich 10. Ja, Hammergut, Wernhard sich gedreht und Suchil hab ich überholt. Jetzt kommt Paris. punkte für mich aber ich wollte das so ein bisschen bisschen weit gefahren draus bei der situation mit keldi war es halt so ich kam aus der rechtskurve besser raus ja und in der langen links habe ich extra in platz gelassen aber hat mich dann trotzdem na gut da wird die gerade die strafe die habe ich mir selber zu schreiben ich bin gerade ich bin halt hinten ziemlich reingedonert was bitte optimistisch im anbremsen das war sowieso eine stelle die ich nicht so kann es ist diese kurze diese kurze knick da und danach dann diese und danach dann diese kurve man richtig stark abbremsen muss ich kann diese stelle 0 und und in der habe ich bin ich habe ich zu spät auf die bremse gedrückt und habe bin hinten reingefahren so ab in die box auch mal gucken vielleicht catch ich als irgendjemanden ich glaube es nicht aber ich kommt ich bin jetzt nicht mal ich mir wohl never ever hat zu normale standzeitkörper wie viel dazu 37 ich auch ich glaube ich habe das gefühl dass wir uns gegenseitig aufgehalten haben ja nicht deshalb ich war mir nicht ganz sicher also ich nehme dir war waren sie eigentlich fast schon reif wechseln fertig ist die u8 die könnte ja mal sagen wenn ihr boxen stopp macht wie schnell die waren weil ich hatte das gefühl ich von mir kommt es gegenseitig vielleicht blockiert dass wir eine längere standzeit habe ich glaube 37 ist ein standort ja nicht das jetzt irgendwas ausmacht naja das ist normal weil ich hätte schön könnte ich hätte ein bisschen länger warten müssen aber egal ist auch eigentlich komplett egal für das dann aber es hätte mich halt interessiert gut das los ja auch kurz ausdruck und in sich das groß das wird dann noch das glaubt vertreten würde vor allem vor allem wobei ich auch hinten bin ich bin jetzt erst durch start und ziel durch er also merkt schon nicht ja dann wurde richtig gescrollt in diesem rennen ja gut mit dem fehler bin ich selber schuld den strafe aber da halt das mit dem unfall war schon scheiße ja okay dann hat sie halt keinen fehler wieder laut was ist denn jetzt noch los oh genau was ist denn los dann hat er einen positiven streak und naja die ist jedes streak bricht halt im juhu ich bin vor mir hau außer außer kopas winning streak die endet nie ja er weiß es kann immer noch was kommt sagt er und er baut ja in diesem rennen ein unfall ja das möchte ich nämlich nicht los karma tu deinen job warum verbremst dich karma ist ne masser war erster nicht nur bei lol sondern auch im real life masser war erster vor rai kün oh ich bin übrigens vor hinter maldonador oh mein gott der maldonador ah der drs der maldonator he is going to crush nicht so lief pastor pass auf was du tust pastor unser guter crash fahrer aus der fahrer 1 na gut da hab ich einen fehler gemacht ja gut aber hey weil ich habe ich habe leichter regen was mit regen 5 minuten hat leichter regen wurde mir gerade gesagt auf regenreif wechseln auf regenreif wechseln auf regenreif wechseln nicht in der medien werden da teile verloren oh kein schweiß vielleicht kari ja aber wie viele runden glaubt ihr sind so 5 minuten 2,3 2,5 oh der es gegen maldonado pass auf maldonado da ist erst in zwei runden da ist erst in zwei runden erst zu regnen beginnt überhaupt bin ich mir sehr sicher dass wir das auf unsere trockenreifen zu ende fahren werden das glaube ich auch hallo wir wissen ja maldonado ist ja der beste formel 1 fahrer aller zeiten der einzige mit der errungenschaft zwei force india an einer kurve abgeschossen zu haben da sitzt maldonado ja das ist der einzige artige erfolg den nur er erreicht hat hallo wir müssen ihm zugute halten er hat immerhin einmal gewonnen ja was auch eigentlich eine schande ist schon wieder das phänomen wieso fang ich auf harten reifen schneller als auf reich der zweite die es nicht wissen maldonado ist dafür bekannt den ein oder andere mal ein bissel unzauber zu fahren und einen unfall zu bauen ja aber wieder wie in ungarn juhu boxenstor wie in ungarn meine wieso fahre ich auf harten reifen weil ich schneller als im gewissen zack zack und abgeh war es nicht außer dass daniel immer auf harte und schneller gefahren ist ach da hinterweg ja aber im 15er komm vor peres vor peres vor peres verdammt ich bin 19er gerade also so läuft bei dir ja die die strafe hat dir quasi alle chancen auf punkte versaut naja ich werde wohl ein oder zwei machen je nachdem was peres tun und erstmal die reifen dreckig machen alles klar boah ich fahr aber auch nicht gut ich bin halt auch komplett raus die tue kommt danach eigentlich das nächste rennen direkt ja würde ich mal sagen direkt was kommt danach usa russland 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 war ja da da letzte saison für mich ja quasi der erste schritt in richtung titelverlust russland 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 das ist ein geiler 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 anscheinend ist das in russland immer so die die anscheinend die großmutter von unserer reiseleiterin war in stalin verliebt die russische sind in stalin in stalin komisch denken. Oh, starke Männer mit viel Geld. Finde ich heiß. Keine Ahnung warum. Aber das scheint anscheinend so eine Tradition für russische Frauen zu sein, dass sie in den Machthaber verknallt sind. Vor allem Stalin, also. Stalin als Opfer, der war Diktator. Der war verhasst am Ende auch, weil er halt mega diese Agro-Pritik hatte und alles, aber egal. Lenin lieben sie bestimmt immer noch. Ja, oder Lenin, kann auch sein. Lenin, alles möglich. Lenin, Marx, jetzt Putin halt, weil er halt der Bärenrein... Marx war kein Wuster. Oh, hi Jules, wie geht's denn so? Na, jetzt kommen die ersten Tropfen runter. Hi. Na Jules, Jules, Bianchi, möge an Frieden ruhen. Miho kam richtig gut an mich dran. War auf jeden Fall diese Phase lang. Kurz vor dem Boxen, war auf jeden Fall schneller. Aber jetzt baut sich quasi der Abstand wieder auf. Oh mein Gott! 13 Sekunden auf 14, 14 auf 14,5. Ja gut, das lag ja daran, dass ich dann in Kälte rauskam. Ich hab gerade sämtliche Chancen. Ach so, es fängt an zu regnen. Ja, hab ich schon gesagt. Dann hab ich mich mit Kälte übergeprügelt. Okay, da hab ich mich gerade weggeschmissen. Hm. Ich hatte... ...weggeschmissen, weil ich... Von der Halbunterbelein hatte ich so gesagt jetzt die ersten Regentropfen. Ich drehe mich erstmal fast... Na egal, Platz 10 ist auch okay. Hauptsache ein Punkt. Und bin ich nicht ganz zu sang- und klanglos Untergang trotz Strafe von Mirok. Und die Formel 1 KI. Vor allem die Formel 1 KI. Aber mehr Formel 1 KI als Mirok sind ein Arsch. Beide ein Arsch. Stecken doch alle unter einer Decke. Sowieso. Kälte die Saison scheint wieder an seine alte anzuschließen. Ganz genau. Ich hab das Nachholen gehört. Wie geht's weiter? Ganz genau. Das ist wohl der Grund. Code Masters möchte Kälte irgendwie an alte Zeiten erinnern. Nein, sie wollen einfach nur die Saison, in der ich aufgehört hab, einfach fortführen. Aber ein Punkt ist ein Punkt. Die nehmt mit. Man muss aussteigen. Das ist eine gute Idee. Okay, jemand hat mega dieses Pirelli-Zeichen durchfahren. Ich glaube, das ist Bernie. Ich glaube, das ist ein Pirelli-Zeichen. Jawohl. Safety Car! Safety Car! Safety Car! Ich glaube, wegen einem kaputten Pirelli-Werbung wird der für den Safety Car rausgeholt. Natürlich. Oh mein Gott, eine Werbung ist kaputt. Safety Car, wir müssen Werbung aufbauen. Natürlich, ganz klar. Allerdings würden wir alle was Safety Car nicht mehr einführen, dann würden wir trotzdem so ins Ziel fahren. Also kann auch so bleiben. Komm, das krieg ich noch. Ich glaube, meine Vermutung ist richtig. Bernie, du bist 20. oder 22. 21. 21. Ist jemand ausge... Nein, wird ausgefallen. Was? Dann ist jemand wohl ausgefallen, wenn du 21. Oder? Ist jemand hinter dir? Weiß ich nicht. Nee, kann gar nicht sein. Die haben doch gar keinen. Wenn, dann habe ich jemanden in der Box überrundet. Oder jemand ist ausgefallen. Komm, Karius! Oh, da ist eine Dreiergruppe. Da ist eine Dreiergruppe. 15, 14 und 13. Wow. Wow, da bin ich gerade ins Gießbein kommt und wir sind mal gesprungen. Okay. Habe ich mal? Habe ich... Bernie, Bernie fällt auf der Gerade erstmal schöne Schlangenlinien. Das sieht sehr, sehr ungefährlich aus. Hau ihn weg! Hau ihn weg! Hau ihn weg! Nee, jetzt zieht Bernie einfach raus. In der Kurve und bleibt stehen. So, das habe ich. Bernie, 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 bleibt doch bitte auf der Strecke stehen. Sieben Sekunden auf, Kim. Ja, den krieg ich nicht mehr. Ja. Bannis Verhalten ist unerklärbar, aber naja. Ich habe dich überholen lassen ohne Probleme. Ja, aber dafür musst du dich nicht rausschmeißen. Egal. Dankeschön, Bernie. Wie? Ohne Strafe verholen lassen? Alle... Deja, das... Deja, das... Deja, das selten hat mich auch in Japan, weißt du? Das war... 41, 1. Da haben... Letzte Saison... Letzte Saison in Japan hat es auch geregnet und dann hat Bernie sich mega von der Strecke geworfen, nur damit ich halt gefahrenlos vorbei kann. Danke, Ben. Oh, meine Controller-Batterien gehen langsam alle. Nach dem Rennen muss ich dringend wechseln. Gut, dass ich... Gut, dass ich... Erstens, dass ich meine PS4-Controller dafür benutze. Und wenn ich Controller nutze, dann nutze ich den Xbox-Controller ohne Batterien. Boah, meine Reifen, ich merke es gerade. Ja? Das ist ja klar. Aber ich werde die PS4-Controller nutzen, um Form 1.2014 zu zocken. Hier müsst du noch ein USB verbinden. Ja, ich habe eigentlich bei diesem Xbox-Controller den PC-Xbox-Controller. Das heißt, der braucht gar keinen Batterienplatz, muss einfach nur USB reinstecken, kriegt er den Saft vom PC. Das Piranino-Modal. Mein DS ist kaputt. Hey, Mihawk. Hey. Eins nicht. Ich finde, du hast das bei der Kollision abgegeben. Ja. Wie die Wolke bei Mario Kart. Ich habe den Blitz abgegeben. Ja, Mario Kart 7, Mario Kart Wii. Wie diese Wolke. Blitz-Wolke bei Wii. Aber man fährt mit der Blitz-Wolke schneller. Aber wird irgendwann klein. Ja, irgendwann. So, letzte Runde. Achtung, Berndi, ich bin hinter dir. Man kann aber auch relativ gut fahren. Und so werden wir auch. Gut gelöst, Berndi. Sagen wir mal, so gut, dass ich diese Saison nicht aufnehme. Das ist ziemlich... Außer manche Rennen ist schon ziemlich lang. Sag's mal mir, ey. Ich hoffe, ja, hier ist mega interessant. Ja, du wurdest... Bei dir gab's den nächsten Action und so, weißt du, wurdest gedreht, du bist mit reingefahren. Ich fahr nur alleine auf... Nein, das war am interessantesten. Ich fahr alleine vom ersten... zum ersten Ziel, was... vergingen worden. 42,7. Hey, ich steigere mich nur leider ein bisschen zu spät. Momentan ist die Zeit ist 1,48. Nice, Berndi. Oh, vier Sekunden auf Kimi. Schade, der hätte... Ich weiß auch nicht, wie ich diese 1,41, 6. Und das auch noch auf harten Reifen. Das war, glaube ich, die erste Runde richtig runterfahrten Reifen. Die halten sich gegenseitig auf. Wer ist denn da gerade auf 8, 7, 6, 5? Ist gerade wohl irgendwer total langsam. Wäre ich gut gefahren, wäre ich bestimmt 8er, 7er oder? Das ist die Bärnigstruppe. Platz 5. Wer ist 5. Also 5. Das ist... Nee, warte mal. Nee, Moment. Hey, das Pirelli-Schild ist wieder Highlight. Vierter ist Alonso und fünfters würde, glaube ich, Master sein, dann 6er-Rei-Können. Würde ich schätzen. Vierter und Alonso waren gerade eben noch gerne. Ja, vielleicht hat er ja was durchgeführt, ne? Ich habe gerade erst mal wieder das Pirelli-Schild kaputt gemacht, weil es respawned ist, weil ich es nicht kann. Okay, ich sehe da in der Ferne noch einen Rusher oder so, glaube ich. Nein, Kater. Aber der kommt noch vor mir ins Ziel. Und... GG. Yes. Okay. Super, wer... Rani? Die 3er-Gruppe kriege ich nicht mehr. Ärgerlich. Sieg. Sieg. Heil. Sieg oder Tod. Äh, nee. Victory or Death. Oh, you choose death. Nee, ähm... Nein. Wehawk fährt ins Ziel, Hülkenberg ist fünfter, fährt gleich ins Ziel. Da ist gerade Vithiado rausgeflogen. Hey, ich... Sechster, nicht schlecht. Ja, Master ist... oder auch nicht schlecht, aber... Ja... Sub würde sie besser platzieren. Ich hätte... Ich werde die... Ich werde die... Ich werde die Punkte kommen, aber ich habe es weggeschmissen. Es war ärgerlich, aber ey... Ach... Chilton ist ausgeschieden. Ja, Chilton ist ausgeschieden. Okay. Ja, du hast noch... Zwei Punkte haben mich abgegeben. Danke, Daniel. Sorry, guys, für die schlechte Leistung. Ich habe ein bisschen selber einen Fehler gebaut. Muss ich mir eingestehen. Was soll's. Passiert. Ich bin froh, ich habe sehr gut gefahren. Sehr gut gefahren. So, wir schauen nochmal Daniel zu. Er fährt Vollgas in die Kurve. Mit 300 kmh. Bremsen. Reinziehen. Rett, langsam bricht er oben ein bisschen aus, aber jetzt wieder Gas. Der hätte uralte Reifen. Meine Reifen sind ganz schön down, also in dem her. Und das war's. Co. Börser, Mihawk, zweiter. Ein deutsches Podio. Kelly, Schatz, noch auf den achten. Daniel, 16. Und Bernie, 21. Da Max Chilton ausgefallen ist. Oh, man. Nichts gegen Max Chilton. Okay. Okay, Copa wins. So. Gratulation an Copa... Höchstel. So. Zur Weltmeisterschaft. Ja, ganz und lazt in der Weltmeisterschaft. Noch nicht. Ja, aber ich denke... Theoretisch passiert nicht mehr viel. Ich möchte nichts sagen, denn sonst werde ich es noch bereuen, wenn ich irgendwie jetzt schon vorfeiere. Ja, Copa auf Schulterklopf. Pat, pat. Ich muss das noch ernst nehmen, bis ich wirklich das gewonnen habe. Ich glaube, du hast 60 Punkte vor bei vier Rennen. Okay, damit verabschiede ich mich für diesen Puppets zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, und wir kommen zurück hier zur Tabelle nach dem großen Preis von Japan. Hier nochmal als kleine Randbemerkung für die, wo es im Rennen nicht ganz auf... Oder ich wiederhole es nochmal, falls man es im Rennen nicht mitbekommen hat. Zapp hat... Hat... Ist aus dem Projekt ausgestiegen. Der hatte keine Lust mehr auf Formel 1 und hat deswegen gesagt, er möchte jetzt die letzten Rennen nicht mehr mitmachen. Und deswegen ist hier Philippe Massa für ihn eingestiegen. Also nochmal als kleine Information für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Gut, und dann wenden wir uns mal den Punkten zu. Ein Punkt hat sich hier Daniel Ricciardo von Red Bull geholt. Zwei Punkte hat sich Perez von Force India geholt. Wo haben wir dann die vier Punkte da? Vier Punkte hat sich Kelly geholt. Sechs Punkte gingen an Rai Köhnen. Acht Punkte gingen ja an den Neueinsteiger. Philippe Massa. Zehn Punkte hat sich Hülkenberg geholt. Zwölf Punkte gegen An Alonso. Und die Top 3 mit 15 Punkten hat sie... Ist der dritte Vettel. Der zweite Platz mit 18 Punkten ist Björn Aka Mihawk. Und der Sieger vom großen Preis von Japan ist Copa mit 25 Punkten auf dem ersten Platz. Gut, und dann gucken wir uns mal die letzten... Oder halt die Plätze so an. Immer noch die letzten drei, 21 bis 23, Kobayashi, Chilton und Eriksson. Da haben wir immer noch keine Punkte geholt. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert in den letzten Rennen. So, dann auf Platz 19 und 20 auch mit gleicher Punktzahl Gutierrez und Bianchi. Drei Punkte hat sich hier Sutil geholt. Oder hat Sutil insgesamt fünf Punkte hat Maldonado von Lotus. Acht Punkte haben wieder mal zwei. Auf 15 und 16 Philippe Massa und Perez. Dann mit 14 Punkten hier auf Platz 14 ist Werner von Toro Rosso. 17 Punkte hat Grosjean von Lotus. Dann wieder Doppelpunktzahl hier. Hier jeweils mit 27 Punkten Daniel Kwiat oder Daniel Kwiat und Kimi Räikköhn. Auf Platz 11 von 12. Und dann kommen wir schon in die Top 10 hier. Mit 40 Punkten auf Platz 10 ist Berni von Mercedes, der immer wieder ein paar Probleme hat. Dann ein Platz drüber. Auf der 9 ist Hülkenberg. Dann hier mit 95 Punkten ist Alonso auf Platz 8 von Ferrari. 109 Punkte und Platz 7 hat Daniel Ricciardo. Ich bin auf dem 6. Daniel vom Team Mercedes mit 129 Punkten. Dann auf dem 5. Platz ist Sebastian Vettel von Red Bull. Auch hier mit den 15 Punkten. Jetzt insgesamt 134. Auf Platz 4. Sub, obwohl er ausgestiegen ist, hat er immer noch genug Punkte, um sich auf dem 4. zu halten. Mit 141. Und dann die Top 3 hier auf dem 3. Der gute Keldi von McLaren mit 177. Darf ich bitten? Dankeschön. Auf dem 2. Hier ist dann Björn Akamihaak mit 233 Punkten. Und der Sieger in diesem Rennen hier mit, oder generell immer noch Erster in der Tabelle, wahrscheinlich auch bis zum Schluss, Kopa mit 291 Punkten. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller abgearbeitet, damit es wieder nicht 10 Minuten geht. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen wieder in Sochi. Bis dahin. Ciao.